Position von den Führungswechseln, Christian Grasmann und Peter Beuerlein jetzt in Führung, vor Ralf Schumacher, 7.9. Auf den 3, Janik Meier mit dem Schussmacher war der Pfeil, 4.3, im Moment. Das war ein schwarzes Fahrzeug, der war ein schwarzes Fahrzeug, der ist Janik Meier mit dem Fahrzeug, der in den Haffelskreis abführt. Ja, wie gesagt, 3 gespanne in Führung, der Grasi mit dem Feuerlein, der 7, 3.9 und Peter Beuerlein mit einem Pfeil. Knappen, es tut nicht noch wenig. Wir haben schon mal den Schuss abgehängt, jetzt kommt die Marschel nicht. Der Angriff war nie an den Kmeier. Aber abgehängt im Moment. Und dann den kurzen Mitschaffen abrissen, damit es nicht mehr verholt ist. Ja, das ist ein kaltes Rumpf, das ist ein kaltes Rumpf. Das ist ein kaltes Rumpf, das ist ein kaltes Rumpf. Dann ist auch ein kaltes Rumpf, das ist ein kaltes Rumpf. Das ist ein kaltes Rumpf, das sieht aus wie investiert. Christian Brandmann mit Friederfeuerlein haben wir jetzt das Feld überrottet und jetzt folgt Steven Hohl mit Rolf Schumacher am Hinterrad. Vor dem gebührenden Abstand, Ernig Mayer mit Rübe und Zeit, die Rolf Schumacher sind. Ja, immer wieder in die Rolf Schumacher. So, jetzt haben wir es geschafft. Aber wir gehen gerade allein, wenn der Wind schafft und abgerissen ist. So, jetzt hat es es geschafft. So, jetzt hat es geschafft, dass wir gehen gerade allein. Der Wind schafft und er hat jetzt abgerissen. So, und jetzt greift Romain, Mona, mit zweitens, mit Mario Luhmauer, Hauptrandreihe liegt momentan, Janik, Meier, Metalle und Freil, vierte, vierte, die ist im Moment, so Romain, Mona, mit Mario Mogo. Wie das Abfall jetzt in das Zielgerade reinführt. Ja, der Abfall zwischen den beiden Führern, die Kollegen Rossi und Stefan Hohel, bleibt in etwa gleich, immer so 20, 30 Meter, gehen gerade Eingang jetzt, der Grazi mit Peter Beuerlein dahinter, kurz Windschatz verloren, sieben Hohel, mit Rolf Schumacher. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das wird jetzt parallel, das Einzige, die wir da hinterfahren haben, tut der Wind an, die können sich hier holen. Die Runde ist noch 17,522. Die Runde ist noch. Die Runde ist offen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Da der Pfeil auf dem dritten Platz führt sie dann die Nr. 15, Parksegler mit Jens Bauer. Ja, die Wissung, ja, das war das Finale im Regionenhof. Der sechste Potsch hat die Sieger. Christian Grasmann, Peter Feuerlein, Tiefenhol, Ralf Schumacher, Jernik Meier, Alberswein, Parksegler, Jens Bauer. Aus der Sonne. So, jetzt das Ergebnis. Auf Platz 1. Sieger ist jetzt... ... ... Vielen Dank.